Moin Moin, 1 Woche von mir heute zu diesem kleinen Body Hair Trimmer oder Körper Haar Trimmer. Das ganze ist wasserfest, es ist ein Keramik Kling Blade wie auch immer und hat LED Beleuchtung dabei. Ist ein relativ handliches Gerät und ich würde sagen wir schauen es das jetzt gleich einmal an. Auf den direkten Test natürlich verzichten wir, hier muss keiner mein Körper Haar sehen. Wir können allerdings den ein oder anderen Haar Gestrüpp zu Leibe rücken und es da einfach einmal ausprobieren. Jetzt schauen wir uns erstmal an was denn hier in der Lieferung enthalten ist. Das ganze kommt hier erstmal in einer sehr praktischen kleinen Tasche E-Twee daher, Max Groom steht nochmal drauf und dann ist das ganze hier solide verpackt. Wir haben hier noch einen Aufsatz dabei, ein Ladegerät ist auch dabei bzw. das Kabel. das Netzteil nicht. Wir haben mittlerweile darauf verzichtet und so sieht das Gerät aus, also es ist wirklich sehr klein und handlich. Aufschluss ist es relativ gut und ansprechend finde ich persönlich dadurch. Wir haben einfach nur einen Einschalter, den drücken wir mal. Hier haben wir dann das LED Licht wie versprochen und wir auch gut sehen können wo wir arbeiten. Wir können sowohl in diese Richtung als auch in diese Richtung arbeiten. und ich würde jetzt hier einmal meinen Haar opfern. Wir sehen das hier, es wird jetzt ganz beleuchtet. Ich gehe hier jetzt einfach mal drüber. Ich habe hier auf jeden Fall, sieht man glaube ich auch einen kahlen Spot jetzt hier zwischen meinen Haaren. Also das funktioniert alles auch wie gedacht und wie gesagt es ist super handlich und auch noch dazu wasserfest. Also in allem relativ so wie das kleines Gerät. луч weg. hollte